hallo hallo meine lieben ich hoffe euch geht's gut ja wie ihr seht wir haben wunderwunder wunderschönes wetter verwirklichen am firmament und ich hätte jetzt eine kleine frage und zwar was macht ihr denn an ostern habt ihr was besonderes geplant war er nicht oder sagt ihr euch freie tage und freie tage sind freie tage ok ich hoffe ihr werdet mir antwort und ist dann so